So, liebe Leute, ich habe hier eine Rose und habe ein Buch gefunden heute. Das ist eine Liebesgeschichte und eine Liebesgeschichte singe ich jetzt und ich hoffe, dass euch das gefällt. Tja, also, dann werde ich mal loslegen für euch. Ja, dann vielen Dank, was? Okay, dann los geht's. Geh durch die Stadt und sammle Leerbüse und finde ein Buch. Da steht doch drauf eine Liebesgeschichte und dann finde ich auch noch eine Rose. Jetzt bin ich wieder unterwegs und geh spazieren. Aber jetzt geh ich wieder weiter und sammle Leergut. Ich gehe dann auch noch in die Kirche und bete. Und schau dauernd auf mein Handy. Wegen das Buch, na klar. Wo drin steh ich, Liebesgeschichte ist wahr. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Und bin dann wieder unterwegs und bin dann wieder unterwegs. Mit meiner Gitarre sag ich dir. Deine這邊 unterste AMP, wie den herher головver night interessiert für euch, Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Amen.